Ja, das ist der Hühnerfreude. Wahrscheinlich dein Steak. Der Jakobsfusche. Wenn es jetzt mal ein Hühnchen ist, wird eigentlich gar nicht gelesen, ob er drin ist. Zu gut. Den können wir jetzt aus der Bauch installieren eigentlich. Der Schnitz, was haben Sie bestellt? Wahrscheinlich ist das da. Mh. Herr Schmidt hat ein Steak bestellt. Das verstehen die unser Steak wahrscheinlich. Aber sowas könnte man nicht drauf sein. Äh, für die Psychologe? Was ist doch Ihre Order? Lamm. Lamm. Na, kann man gucken. Das Crispy Chicken. Wahrscheinlich stelle ich jetzt das gesamte Hühnchen einfach durch den Schredder. Gekrispelt. Gekrispelt. Und dann hier war Gunbee. Alright. Gunbee. Gunbee. Okay. Gekrispelt.